So, herzlich willkommen zum dritten Teil, Acronis to Image. Wir erstellen ein Vollbackup und ich zeige euch jetzt, dass das funktioniert hat mit dem Vollbackup. Wir klicken mal rein in das Backup, schauen. Ich habe ja einen Ordner, Bilder, Hintergrund, irgend sowas, habe ich ja ausgeschlossen. Ist das jetzt auch wirklich ausgeschlossen? Okay, bleibt dran. So, jetzt mache ich mal das Acronis auf. Ich habe es sogar schon auf. Okay, gut, jetzt ist ein Tag später. Das ist jetzt nicht, dass er jetzt gerade eben aufgehört hat. Muss mal gucken, wo bin ich jetzt hier? Hier, okay. Okay, also, das Backup war innerhalb kurzer Zeit irgendwie, weiß ich nicht, Viertelstunde oder 10 Minuten, Viertelstunde, irgendwie war es fertig. Das Backup wurde erfolgreich abgeschlossen. Letztes Backup gestern um 10.12 Uhr. So, deswegen habe ich das jetzt auch gesagt. Man kann auch immer ganz gut hier gucken bei Aktivitäten, was hier passiert ist. Ich zeige euch das mal mit meinem anderen Windows hier. Dann seht ihr also hier schon einiges mehr und da kann man dann immer schauen, was da so gewesen ist an Backups. Und auch hier zum Beispiel, da mache ich, sind Backups in die Cloud. Und das, das habe ich so eingerichtet, dass immer alle 20 Backups oder nur die 20 neuesten Backups drauf sein sollen. Der Rest wird dann immer bereinigt. Das macht er jetzt halt jedes Mal, weil er jedes Mal dann immer ein Backup mehr hat, dass mein Speicherplatz dann nicht voll läuft. Das reicht mir auch, so. Das wollte ich einfach mal zeigen. Was ich nochmal zeigen möchte, ist, hier bei Optionen, gehe ich nochmal kurz rein. Also wir sind jetzt hier wieder beim Backup. Ja, so. Gehe ich mal auf Optionen. Hier haben wir ja ohne Planung gehabt. Jetzt gehe ich mal hier auf Erweitert. Und hier kann man das mit dem Computer herunterfahren einstellen. Ja, also ich finde das einfach eine gute Sache, deswegen spreche ich das jetzt nochmal an. Wenn ihr zum Beispiel jetzt feste Arbeitszeiten habt und meistens immer um 17 Uhr Feierabend, dann könnt ihr ja so ein bisschen Puffer reinmachen. 17, 30, 18 Uhr könnt ihr ein Backup automatisieren. Dann nimmt man dann auch eher so inkrementelle oder differenzielle Backups. Und dann könnt ihr sagen, also lässt ihr einfach den Computer an, geht nach Hause und dann um, je nachdem, 18 Uhr, sagen wir mal, macht der das Backup und danach fährt der runter und fertig ist der Rechner aus. Das ist ganz praktisch. Das sollte man halt nicht vergessen. So, wenn er jetzt gerade mal ein Webinar macht zum Beispiel und dann fährt der Rechner plötzlich, also ihr arbeitet länger, der Rechner fährt runter und da sollte man halt dran denken. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja, gut. Jetzt gehe ich mal in den Explorer hier unten. Das kennt ihr ja, ne? Also ich muss nicht jedes Mal sagen. Also ich versuche manche Sachen, weil ich denke, das sind Leute, die sich nicht so gut auskennen. Das ist vielleicht mal langweilig für andere Leute, die sich besser auskennen. Ich gehe jetzt mal hier auf die Festplatte. Hier steht ja auch, wenn wir hier auf, Moment, abbrechen, abbrechen. Hier steht ja auch Ziel. Das ist P-Route-Backup-Achrones. Das gehe ich mal hier hin. Hier P-Route-Backup-Achrones und hier ist auch das Backup. So, jetzt klicken wir mal da drauf. Jetzt kann man in das Backup reinklicken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine einzelne Datei heute aus Versehen irgendwie gelöscht habe, dann weiß ich, oh, ich habe ja gestern ein Backup gemacht. Jetzt gehe ich da einfach rein und ich bin Jusas 2. Dann gehe ich, keine Ahnung, angenommen, das wäre jetzt hier diese Datei. Ja, dann könnte ich die kopieren. Und dann, ich kann sie jetzt nicht hier, die liegt ja noch hier, die habe ich ja nicht wirklich gelöscht. Aber ich kann die ja jetzt einfach, weiß ich nicht, hier mal in den, der ist ziemlich voll, Download-Ordner. Ich mache den einfach mal hier in den Dokumenten-Ordner einfügen. Und schon habe ich aus dem Backup diese Datei hier rausgeholt. So, kann man das machen. Oder einfach hier rausziehen auf dem Desktop, fertig. Das ist super praktisch. Dann wollten wir ja schauen, bei den Bildern habe ich ja diese eine, das heißt jetzt Pictures, weil das das Englische einfach ist, ja. Wir sehen das zwar in Deutsch alles, die Ordnernamen, aber Windows arbeitet mit diesen englischen Namen. Und durch das Akronis, durch das Backup ist das jetzt wahrscheinlich so, aber ich denke, das weiß eigentlich nahezu jeder. So, Desktop-Hintergrund-Kopie, ja, das war drauf, aber Desktop-Hintergrund selber, ich kann jetzt auch mal in die, ich gehe nochmal hier rechte Maustaste, ich gehe einfach mal kurz auf Dokumente. So, dann mache ich hier mal Bilder, Bilder. Hier ist ja Desktop-Hintergrund, Desktop-Hintergrund-Kopie. Und ihr seht ja hier, das fehlt jetzt hier, ja. Und, weil ich es ausgeschlossen habe, also ich habe ja extra gesagt, das möchte ich nicht, dass das gesichert wird. Und das finde ich sehr praktisch. Okay. Ja, was noch? Also, wenn ihr Interesse habt, natürlich an einem, oder Bedarf habt, wenn ihr irgendwie selbstständig seid, oder ambitionierter Privatperson mit vielen Daten, wichtigen Daten, ja, wenn ihr ein Startup seid. Ich habe einen Kurs gemacht, der, äh, auf der Learn Couch, das könnt ihr buchen, kostet was, ähm, hat aber auch Arbeit gemacht. Und ich beantworte auch Fragen, ähm, dann per E-Mail den Leuten, die sich da, äh, oder den Kurs buchen. Und da könnt ihr euch eine eigene Backup-Strategie, ähm, aufbauen. Ich habe das, ähm, ich bin da genauer eingegangen. Ähm, ich habe auch Beispiele aus der Praxis, nenne ich da. Und, ähm, ja, also ich, ich stelle es unten rein, äh, nochmal, die Adressen und sowas in der Beschreibung. Und Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.